Hallo, ich bin Thomas von Polaroch und unser heutiges Thema ist, wie und wann mache ich ein Bild mit Blitz? Auf der rechten Seite deiner Kamera findest du zwei Auslöser. Der größere Knopf ist für Bilder mit Blitz. Für Auslösung können muss der Blitz geladen sein. Bei diesem Modell signalisiert das grüne Licht, dass der Blitz bereit ist. Drücke nun den Auslöser ganz durch, um das Bild zu machen. Wenn das grüne Licht nicht angezeigt wird, musst du den Blitz laden. Drücke dafür den Auslöser, aber nicht ganz durch. Halte den Auslöser für ein paar Sekunden oder bis das grüne Licht anliegt. Jetzt ist der Blitz bereit und bleibt auch für einige Minuten geladen. Für Fotos in Räumen empfehlen wir fast immer den Blitz zu verwenden. Draußen empfehlen wir fast immer ohne Blitz zu fotografieren. Und dann können wir auslöser, wie bei mir schütt googeln, Vielen Dank.